Kopf aus, Musik an und einfach mal den schweren Berufsalltag hinter sich lassen. Das konnten 200 Pflegekräfte bei der ersten Care-in-Air-Party im legendären Club Airport in Würzburg. Der Caritas-Verband im Bistum Würzburg nahm sich den Internationalen Tag der Pflege zum Anlass, die Arbeit von Altenpfleger, Krankenschwester und Co. mit freiem Eintritt zum ausgelassenen Feiern zu würdigen. Ja, das war im Prinzip eine sogenannte Schnaps-Idee, würde ich das mal nennen. Wir saßen zusammen in der Diag-Altenhilfe, haben diskutiert, was machen wir am Pflegekongress. Und dann kam so die Idee, wir müssten auch mal was anderes tun noch an dem Tag der Pflege. Eine Einrichtungsleitung meint, ich habe da einen DJ, der ist gerontopsychiatete Fachkraft. Ich sage, ich kenne da jemanden vom Airport und so ist es entstanden. Die Arbeit in der Pflege stand dabei den ganzen Abend im Mittelpunkt. Angefangen von den tanzenden Gästen bis hin zu einem ganz besonderen DJ hinter dem Mischpult. Also ich bin der Simon, ich bin als DJ tätig und hauptberuflich als Fachpfleger für Grundopsychiatrie im LoRa Caritas Seniorenzentrum St. Martin und bin heute im Rahmen des Internationalen Pflegetags hier gebucht für CareMR. Und da ich die Kombi aus Pflegekraft und DJ bin, hat sich das natürlich dann angeboten, hier dann auch spielen zu dürfen sozusagen. Am Morgen half der Fachpfleger für Gerontopsychiatrie noch Menschen im Seniorenzentrum. Nur wenige Stunden und einen kurzen Mittagsschlaf später tauschte er Kittel gegen Kepp, um zum ersten Mal vor Kollegen und Vorgesetzten aufzulegen. Musik und Pflege sind schon seit vielen Jahren wichtige Teile seines Lebens. Der ausschlaggebende Punkt war wahrscheinlich mein Pflichtpraktikum, das ich mit 14 im Krankenhaus Karlstadt gemacht habe. Da war meine Großcousine Stationsleitung und dadurch hat es sich halt angeboten, da auch mal zu schnuppern, weil ich nicht wusste, wo willst du hin und so. Und habe dann mit 14 schon das DJing so ein bisschen angefangen mit so einfachem Programm und so. Und mit 16 dann meine ersten Plattenspiele gekauft von meinem Ferienjobgeld. Und dann so das Handling ein bisschen geübt und so und rausgefunden, wie es eben passt und habe gemerkt, dass es funktioniert. Dass es nicht immer einfach ist, die Balance zwischen Job und Nachtleben herzustellen, versteht sich von selbst. Doch Simon hat Glück und sehr hilfsbereite Kollegen. Wenn ich am Wochenende Frühschicht arbeite, kann ich natürlich eine Nacht vorher keinen Gig irgendwo spielen. Da bin ich dann schon so anständig und versuche das eben zu meiden. Und es ist halt oft so, dass meine Kolleginnen auch gerne früh am Wochenende arbeiten und ich dadurch auch eher der Spätschichtarbeiter bin. Und das kommt denen ganz entgegen eigentlich und so kann ich auch am Wochenende mal einen Gig annehmen. Mit Beats und Bass hat er heute die Möglichkeit, Danke zu sagen. Aber auch eine andere Idee steckt hinter Care in Air. Das Verständnis der Gesellschaft für Pflegekräfte soll geschärft werden. Dass Wertschätzung im Berufsalltag oft zu kurz kommt, weiß auch Simon aus seiner Erfahrung. Ich merke halt, bei einem Manager, der in der Industrie arbeitet, der checkt es halt erst dann, wenn er seine Mutter oder sein Vater mal zu uns auf Kurzzeitpflege tut. Da kamen schon so Gespräche zustande. Ja, ey, die ganzen Jahre, ich habe gar nicht gemerkt, wie das so bei euch ist und hätte mir das niemals so vorstellen können. Und echt Hut ab und was weiß ich. Zwar ist eindeutig noch Luft nach oben, aber mit der ersten Care in Air Party ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung gemacht. Die Begeisterung der Partygäste kündigte auf jeden Fall Wiederholungsbedarf an. Also ich finde es ober cool, so alleine mal ein Zeichen zu setzen, dass wir als Pflegender auch tanzen können und nicht nur jammern. Sehr cool, wirklich, das ist einfach super, um mal das Image auch wieder so richtig aufzubessern. Das ist ganz große Wertschätzung, dass auch eine Party stattfindet, gerade in diesem tollen Ort in Würzburg, der ja eigentlich auch schon ein bisschen geschichtsträchtig ist, Tradition hat. Wir wollen junge Leute für die Pflege ansprechen und junge Leute gehen tanzen. Super, klasse. Also ich finde es eigentlich ganz cool, ja, passt. Ich würde gerne mit meiner Anfessenz diese Würdigung weitergeben an all die Menschen, die in diesem Bereich, harten Bereich tätig sind. Ja, ich habe Freunde, die in der Pflege arbeiten, die aber heute leider selber arbeiten mussten. Deswegen ein bisschen blöd, aber ja, sie wären gerne mitbekommen. Und wer am nächsten Tag keine Schicht hatte, konnte noch bis zum Morgengrauen im Airport weiterfeiern.